Herzlich willkommen zu den neuen Nachrichten vom Kulturzentrum Staken. Wir haben wieder vieles Interessantes zu berichten und Sie können sich vorstellen, dass wir dabei ins Schwitzen gekommen sind. Nichtsdestotrotz hoffen wir, dass wir Sie wieder mit tollen Nachrichten erwärmen können. From Baghdad to Berlin. So lautet der Titel unserer neuen Ausstellung im Kulturzentrum Staken. Ahmed Hussein und Besma Mohammed sind vor einigen Jahren von Bagdad nach Berlin gezogen und stellen heute ihre Motive aus ihrer alten und ihrer neuen Heimat hier aus. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, ich freue mich sehr, Sie an dieser Stelle wieder begrüßen zu können. Unser neues Programmheft August, September, Oktober ist draußen und wird Sie bald in Ihren Briefkästen erwarten. Am 12. August ist bei uns die Tanzbar 77. DJ Jörg lädt ein in Sound, Disco, Tollste Fans, Rockpalast und andere legendäre Discos des West-Berlins der 70er Jahre. Hardrock, Elektro, Funk und Glamrock stehen auf dem Programm. Es geht weiter am Samstag, den 19.8. mit dem Spandauer Seniorenorchester zu unserem bunten Nachmittag. Dann heißt es, die Stiefel angespitzt und hergekommen zur Line-Dance-Party mit den Berlin Steelers am Freitag, den 25.8. Ein kleiner Ausblick in den September. Und zwar am 1. September spielt bei uns die Spandauer Folkrock-Legende Watering Eye. Wir freuen uns riesig auf alle Veranstaltungen. Wir freuen uns sehr auf Sie. In diesem Sinne wünsche ich angenehme Sommerferien. Ihr Detlef Kleino. Hallo Leute, ich bin's mal wieder, euer Dieter Durchblick. Ey, wisst ihr was? Da komm ich letztens hier ins Kulturzentrum. Und da seh ich hier, da hüpfen so ein paar Leute auf so einem Teil hier rum. Ey, na dit war ja lustig. Und ich hab's auch mal probiert. Ey, hat richtig Spaß gemacht. Ja, ich hab gehört, dit soll ganz gesund sein. Ist doch ja nicht so anstrengend, wie ich erst dachte. Dit sind nur kleine Bewegungen auf so einem Teil hier. Ich glaub, dit nennt man Trampolin. Ey, wisst ihr was? Ey, probiert's doch einfach auch mal aus. Kommt hierher, mittwochs, immer um drei. Na denn, tschüssi Koski. So, das war's wieder einmal. Wir hoffen, dass für Sie Interessantes dabei war. Also Dinge, die Sie erwärmen, die Ihren Puls noch höher schlagen lassen. Und wie immer zum Schluss kommt ein kleiner Spruch. Und der passt diesmal zur Ferienzeit. Die Älteren unter Ihnen werden sich daran erinnern können. Die Sonne lacht, nimm Blende 8. Und du darfst den Farbfilm nicht vergessen. Tschüss.